Blitz und ... Bumerang und dazu Babyfach. Das ist richtig schlimm. Was ist das? So, jetzt bin ich der Vario mit der großen Reife. 1, 2, 1, 2, 2... Oder ist das Ihr Atlas? Hi Vario mit des Dickenreifens. Der Vario mit des Dickenreifens. Wie ist jemand in meine Banane gefahren? Warum macht man so was? Hehehe, keine Ahnung. Oh, ist alle Blatt aus Weg! Oh nein, oh nein, oh nein! Oh, verdammt! Und Ichiko inside, genauso wie das Reelive-Eyescheinchen mit den Ticken-Crew. Ja. Oh, ja, da war er 10. Das ist das Geheimnis. Hey! Ich hab, glaub ich, eine gesehen, die haben dir vorbeigehört. Okay, das ist nur getrüftet. Mann, ihr mit eurem Bomben! Du hast gar nicht... Hier ist das an Bordet. Bist du jetzt glücklich? Der ist doch schon einmal gestorben. Ja, und der hat den Bombenstimmring nach sich, oder? Bomben! Äh! Nein, ich wollte sie heißen! Aua! Mann, das kommt doch so viele andere. Ey! Er hat einfach noch eine. Aua! Jetzt ist es aber gut! Nein, nein, nein! Aus Weg! Juhu! Mann, ich nimmel die Scheiße auch noch mit! Oh, ey! Hey, da ist der Mario! Komm her! Alter! Harte Angst gehabt! Bestimmte Hintuner bei der Bombe! Hey! Junge! Oh, er lässt sich mitnehmen, er lässt sich mitnehmen! Ist er von dem Check, oder hat denn von mir einer einen Stern? Kommt an! Hey, komm her! Im Übrigen, es fett 11, aber keine Angst! Ach so, okay. Alles klar. Cool. Nein! Mein Pilz! Die haben ich den Pilz geklaut, nice! Nein! 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 Ich bin 6. Ich war auf dem 2. Platz! Verdammt, ich bin 11. Der Jonas hat vorher gesehen, dass jemand eine blaue bekommt! Krass, Alter! Fairerweise muss man sagen, ich habe mir nicht mal das neue Zelda geholt! Nee! Ithuna, nee! Bin ich nicht! Möchtest du es werden? Was sagt der denn? Weil dann könntest du auch jetzt bei Pokémon Unite anfangen! Ein 5er Team zu gründen! Ja, ey! Ich wollte das sagen, da bin ich besser bei Pokémon Unite aufgehoben, als dass ich da komplett in einem Typen der Werbung für seinen großartigen Mario Kart Team gemacht habe! Oder wie ich das genannt habe, der unbestreite Knopf! Ja, der Swabby, der Swabby ist aber auch da! Ja, echt! Ja, Bombe! Du hättest den Boden auf, was? Du hättest ihn auch richtig gebeten, die Bombe nicht zu legen, und au, dann hat er es auch nicht gemacht! Au, ich wollte es doch nicht, Alter! Ich sehe voraus, da sieht man auch jemand in den Chat-Chat! Alles klar! Wow! Aber wenn mir die Reisens geglaubt, wenn die vor mir schon... Junge, was hast du denn? Ich kam halt denn auf... ...das enge Müll! Hauptsache, es war wieder! Ich habe da kein Wort verstanden, was er gesagt hat! Ich habe mich auch überklagen, was du mich meinst! Was ist denn? blonde RFA dosen Vince! Wie baul, hat derниcao Dup Dup Dup! Ebsen super! Und budsht! Brigain crime time! Nein. Idiot! Vielen Dank für deinem Follow. Dup Dup! Hey. Und Nutella mit Quark auf dir. Viel, minister Deci. Nutella gonna super die Zollungen muss. ja ich wollte doch also sagen ja ich fandet man redner car fahrt hier Das Wario kam mit einem Pfeifen und dann wussten wir sowas, weißt du? Oh mein Gott! Da kamen Rode und Grüne aus dem Nichts, ne? War der Blau... Wario ist hier! Der Hype-Wario! Der Hype... Boah, die Grüne, Alter! Oh mein Gott, Alter! Die Bombe war sehr gemein, aber sie hat mir drei Sätzen gegeben. Was? Was? Nein, war's vielleicht ein Watt? Als ich. Oh mein Gott! MacGyver ist wieder da. Die Bombe war so ehrenlos, ich hasse es immer noch, dass man die legen kann. Doch! Oh Mann! Nein, doch! Ah! Jonas, wie gesagt, das liegt an Stream-Elements. Der Bot läuft über Stream-Elements. Ich bin nur umbenannt. Wo oben unsere Parke fanden sie sehr witzig. Oh, die Kani-Mari! Ich hab sehr große Angst, weil ich dir jetzt eigentlich sagen, Mann, noch kein Fehlstart heute, aber ich hab das Gefühl, dass ich damit etwas auslösen wollte und kontrollieren kann. Oh 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 oh! Wenn du da Probleme hast, frag doch Jonas, der kann vorhersehen. Hey! Der hat den Bett angestan, oder? Ja! Telefon ist doch langkommend. Oh, das sieht so aus. Komm, hey, ja. Richtig. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Die war doch schön vor ins Gesicht geworfen, oder? Ja okay, aber das kann ich respektieren. Aber immerhin hast du es mir nicht einfach skilllos ins Gesicht gelegt, so wie ich das machen würde, weil ich auch. Was? Also es gibt auch Leute, die sagen, wenn ich mich beschwere, ich hab nur eine Banane. Nee, mit einer Banane, dann wirst du wieder jeden abwerfen. Ich sag in dem Moment, treffe endlich noch warm. Viel Erfolg beim Training Red! Ach, kein Item. Oh 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 oh! Man fährt! Kein Item. Gerade fährt, fährt mich das noch mit Item. Da ist schon die Deutsche Bahn. Ach ne, die war pünktlich. Das war die japanische Bahn. Ey! Weg dann mit der Feuerblumen! Ich bin einfach Zehnter! Mario tut's nicht! Ich mag gerade ganz eins weiter! Dann hab ich plötzlich zwei Feuerblumen und eine Banane bekommen. Bitte tut das nicht! Ihr seid doch alle mal nicht! Alter, ich bin Elfter, Zehnter, weil mich auch wieder die Grüne erwischt. Ich hab keine Münzen, das hätte dann nicht. Hey Mario! Was? Ich hab keine einen bekommen! Warum? Oh mein Gott! Oh mein Gott, nein! Oh mein Gott, das tut so weh! Oh mein Gott, das tut so weh! Du Worte, ey! Und dann noch ein Blitz, obwohl alle schon über die Ziel sind! Oh mein Gott, das tut so weh! Jesus, ja! Jesus trifft's! Ich liebe Mario Kart! Jetzt bin ich 18! Oh oh, letztes Rennen! Oh, Ehre! Ich bin ganz ehrlich! Ich bin überrascht, wie einseitig man denken kann! Ich bin ja auch sehr froh, dass hier so viele unterschiedliche Fahrzeuge gefahren werden! Das ist doch schön anzusehen! Normalerweise immer alle Lode zum Schumpen zu Inting oder alle Lode zum Sparta! Boah, die Bombe auch schon wieder gottlos gleich am Anfang! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich bin viel zu schnell! Da ist eine Kugel! Ich bin viel straßen! Kugel hat bereit und geklaut! Wie ehrenlos! Ich wurde einfach vom Stern getroffen, ja? Der da einen Arm trägt, oder? Ja! Boah, ein gewohntem Backshot! Jesus, du komm bei der Bastard! Warum wirfst du denn die Rote nach hinten? Ja, und ich richte die nächste Rote auf! Jonas, dir auch noch einen schönen Abend und vielen Dank! Ich hoffe, wir sind sie auf die Lautstärke von mir drauf hier. Ähm, Luma, der spielt nur die eine Runde mit, weil er danach mit seinem Hund, äh... Dass sie geht! Ja, ja! Was mach ich dir? Warum bin ich hier? Warum bist du hier? Lass mich den rauskriegen! Da war noch ne Banane gelegen! Zwei Bananen, oder? Da ist ne Kugel! Da ist ne Kugel! Hey, guck mal die Kugel drum! Da ist ne Kugel drum! Ja! Oh! Oh! Warum bist du wichtig, Schatz? Ruf mich an! Ruf mich auf mein Handy an! Ruf mich an! Guck mal, was machst du hier? Warum fliegt ihr alle? Was macht ihr denn da los? Alter, was ist hier los? Es sind alle auf meinem Haupt hier! Bguei! Tschüsex! Die Leute haben alle keine Lust mehr, das Spiel zu spielen! Au... Sie habt mir beim takich grauen, ich hab das jetzt gebracht. Oh nein! Das haben wir noch mit dem Fuß, ja. Oh, oh, Kaffee! Kaffee! Nein! Kaffee! Alter! I'm only wondering how I'm at. Ich bin vierter geworden, let's go! Ich bin vierter geworden! Meine beste Partie ist immer noch nicht den ganzen Karm gewesen. Die Quatsche einmal bin ich vierter geworden. Heee! Alter, 24 Minuten! Ich hab boah, ich bin dritter! Let's go! Jetzt sind wir durchgenommen. Jetzt ist das Letzte. jetzt kann ich nach Hause gehen ich wurde so durchgenommen schrecklich